Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Misscreated und wieder mit an meiner Seite ist der Vampy. Ja, er hübsch hier rum, genau. Und ja, wir sind hier noch weiter in der Stadt. Ich habe in der letzten Folge einen Rucksack gefunden und bin ganz stolz deswegen. Die Farbe ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es kommt ja... Ja, das glaube ich wohl, ne? Das ist... Achso, dein grünen Booty. Ja, das ist ziemlich bunt, ne? Aber du bist auch mit blau und orange nicht besser unterwegs. Die bunte Fraktion. Ja. Und dann auch noch ein gelbes Stirnband, also ganz, ganz, ganz wunderbar. Warst du hier noch nicht, oder? Achso, ihr könnt natürlich hier, genau. Neu eingeloggt, neue Sachen, ne? So ist es ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ich guck mal unten nochmal. Ähm. Nö, nö, nö. Gar nichts. Okay. Oh. Jawohl. Nächster Haus ist auch... Hier ist noch eine Garage. Ja, noch ein Häuslein. Ich gehe mal in diese Garage. Von... ...dem Haus, wo wir noch nicht waren, aber... ...da ist nichts drin. Gar nichts. Aber ich laufe... Hier rechts die Räume. Jo. Ich nehme dann links die Räume. Das ist hier Absprache, ne? So macht man das. Wie Profis, ähm, Wohnungen durchsuchen hier. Äh, was ist... Ach, das ist hier die... Äh... ...ne Waffe mit Munition habe ich genommen. Jetzt muss ich mir gucken. Das ist die... Ach, die Waffe ist scheiße. Aber die Munition ist, äh... ...onload. 22 Rounds. Brauchst du die? Ja, die brauche ich. Okay. Hast du eine MK3 oder so bei dir? Äh... Oder für... Äh, für Munition meinst du? Ja. Ne, da habe ich die... ...die Westerland 22. Ach, die braucht die. Okay. Ja. Ja gut, dann, äh... ...gebe ich dir die gleich, wenn ich irgendwo was finde. Ich nehme die... ...schmeiße nämlich die Waffe weg. Die ist schlecht. Die mag ich überhaupt nicht. Ähm... Obwohl, ich könnte sie erst mal bei mir tragen. Falls man... Keine Ahnung wofür, ne? Aber... Eigentlich braucht man nicht so viele... Achtle Spieler bestechen. Ja. Ne, man braucht ja nicht so viele Waffen haben. Aber wenn wir gleich eine Base vielleicht mal bauen und, äh... Hier eine Kiste. Dann kann man ja eine Waffe verstecken. Das ist ja schon mal ganz gut. Dann weiß man, wo man eine findet, wenn man neu... Ich bin draußen. ...spawnen muss. Gut. Ich auch. Wir werden gleich gegenüber in das Haus, oder? Ja. Das machen wir doch. Lalalala. Bup. Ich gehe nach oben. Hier sind Schuhe. Schön. Ich habe Stiefel, aber die schwarzen Stiefel, das sind die besten. Die habe ich noch nicht. Aber die sind natürlich auch schwer. Die nehmen viel Gewicht weg, ne? Ja, das stimmt. Aber man kann damit über Trittbretter laufen. Und, äh... Cool. Ich habe einen Rucksack, der nicht so auffällig ist. Dann baue ich das mal um. Ja, dann packe in den anderen Rucksack gleich die Munition. Richtig. So, dann hast du da... ...dass die Munition nehmen. Wobei? In dem ersten Raum, wenn du oben bist, der da ist, findest du das, ja? Ja. Police Cap. Ja. Sonnenglas ist... Nein, brauche ich nicht. Und was haben wir hier noch? Badezimmer. Da habe ich jetzt 15 Schuss für die Waffe. Das ist doch gut. Ja, das ist schon ordentlich. Da kannst du eigentlich ja schon was mit... ...anfangen. Jemanden platt zu mieten. Noch haben wir keinen umnieten müssen. Pazadan, sowas mag ich nicht töten. Mag eigentlich nur gewaltfreie Spiele. Ja, wie GTA 5. Ja. Oder, ähm... Skill. Skill. CSQ. Counter-Strike. Ja. Ich nehme wieder rechts, wa? Ein Hammer habe ich hier gefunden. Hier sind ein paar andere Stiefel. Stahlstiefel. Na, schön. Dann komme ich gleich hin, dann. Welcher Raum ist das? Bade? Schlaf? Gleich oben der rechte. Achso. Äh, gleich, gleich. Oben? Gleich oben der rechte, ja. Dann muss ich erst mal aufs Dach. Oh, was haben wir hier denn? Achso, ein Sägeblatt. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Oh, hier ist noch ein Schrotgewehr. Cool, Munition, das wäre cool. Hier, hier hinter das Bett. Hoffe ich mal, dass da... Ach, da liegt auch Munition, ja. Ähm. Ich weiß nicht, ob das eine bessere Waffe ist, wie du hast, oder? Ich weiß es nicht. Sieht anders aus wie deine, ne? Ja. Hä? Achso, ein anderes Spiel, das zu dir, was ist denn jetzt passiert? Sind die Kugeln weg? Nee. Ach Gott, ich stack die jetzt mal hier. Oh, Mann. Boah. So, was ist jetzt ein... This item cannot be moved. Ich kann jetzt meine... Du kannst keine zwei langen Waffen haben. Du kannst nur eine... Nee, ich wollte Munition craften. Warte, ich muss kratzen da. Allgemein, ey. So ein Kratzen im Hals auf einmal. Ganz spontan. Und killert mich da was, ey. Im Hals. Das ist die Tactical. Ähm. So von der Optik würde ich fast meinen, dass die besser ist, ne? Ach ja, warte. Ist ja ganz einfach. Nimm die auch mit. Ich hab ja zwei Plätze frei. So. Ach ja, stimmt. Ja, zwei. Und ja, die ist auf jeden Fall... Die ist auf jeden Fall leichter, ist die. Ich glaub, das muss aber nicht unbedingt schlechter sein. Das ist eine Shotgun und ein Tactical 12 GA. Ist die, äh... Pump-Action 12 GT Tactical Shotgun. Der Pump-Action 12 GA Shotgun. Also, ja. Gleiche Munition? Ja. Ich nehm jetzt, äh... Die ist auf jeden Fall ein Kilo leichter. Und das kann sich ja später... Ist das wichtig. Dann, äh... Nehm ich die leichte Waffe mit. So. Habe ich jetzt die Munition? Ja, hab ich eingesteckt. Das ist schon mal gut. Und ich glaub, hier kann ich auch was dran kleben. Äh. Tape hab ich dabei. Ja? Ja. Ach so, cool. Das wäre ja was Tolles. Dann kann man nämlich schön in Häuser reingehen mit der Waffe und dann Licht machen. Brauchst du ein Mini-Mac Light, ne? Ja, richtig. Und man kann die jetzt auch mit F einschalten, glaub ich. Man braucht nicht mehr, ähm... ins Inventar gehen. Das haben sie auch verbessert. Und Mini-Mac Light hab ich. Ach, hast du auch? Ja, ich hab die auch, ne Mini-Mac Light. Ach so, ja gut. Das heißt, ich bräuchte nur das Tape. Vielleicht finden wir gleich einen Platz, wo man das Tape im Tauschen kann. Ja. Ich mein, das geht hier dran. Dafür ist der Slot. Bier! Ah, schön. Warte, das Bier. Das muss ich ja rausholen. Ey. Hier mit dem Bier. So. Na ja, Wodka lass ich mal stehen. Hast du Bier-Node? Ja. Ich will Bier trinken. So, was haben wir? Was haben wir denn hier? Nichts. Nichts, auch gar nichts. Außer... ...Soda. Hier ist auch nichts weiter. Gar nichts, ne? Sonst hängen hier doch immer irgendwie so... ...Textilien rum, aber... ...nicht mal das. Wo bist du? Unten? Ne, ich stehe im Schleifzimmer, hab aus dem Fenster geguckt. Ich geh jetzt runter. Hier ist Wodka. Ja, das hab ich grad stehen lassen, der Zeug. Ach, waren wir in der Küche eigentlich schon? Ja. Schokolade, hat sich auch übersehen. Okay. Das kann. Ich war ein bisschen auf... ...hat das ne... ...Tasse? Gut. Ja. Hier beim rausgehen ist, äh... ...auch nichts. Nächster Haus, ha? Ja. Doch, die Stadt haben wir schon ziemlich... ...also größer geworden ist die Stadt nicht, nach dem Update. Die ist genauso groß wie sonst auch. Ähm... Ja, das ist ja... Geh nach oben. Okay. Mach ich jetzt mal unten hier alles. Mal was zu trinken. Hier noch mehr trinken. Wodka, alles. Alles rein hier. Essen. Noch, ach. Warte, ich bin schon wieder voll mit alles. Ich könnte jetzt auch mal was verbrauchen. Trinken wir erst mal das und wir trinken das. Dann essen wir einen Apfel. Und Ravioli, siehst du wohl. Geht doch. Ganz oben ist auch nix. Ah. Signalpistole. Ach so. Wollt du die haben, damit kennst du dich aus. Ja, Zombies anloggen. Ne, ne. Ich dachte gerade, ah, jetzt ist irgendwas passiert. Dass du irgendwas entdeckt hast, irgendwas Wichtiges und... ...dann ist es nur eine Signalpistole. Mann, oh Mann. Mein Herz ist immer weg in der Hose gerutscht. Ach so, hier, ich bin hinterm Haus. Ist das nicht so ein Haus, der hinten so einen Schießstand hat, oder? Äh, ne. Ich bin schon rumgelaufen, das ist das nicht. Ah ja. Okay, okay. Also. Ab zum, äh, zur Straße hier am Rand. Ja. Geht gleich mal oben. Ja. Ja. Also wir rennen hier auf jeden Fall so rum, als, äh... ...könnte uns nichts passieren. So oben rum. Kann man sagen, echt. Springst du alle rum, da oben? Ja. Hier ist ein Shirt. Das braucht aber echt keiner. Können wir einen Racks von machen. Nehmen wir mal, äh... ...die liegen Schuhe. Oh, ich kann das nicht nehmen, passt nicht mehr rein. Ähm, sie... Die ist voll. Äh, ach so, ich hab ja noch die Waffe, die ich jetzt wegschmeißen könnte. Aber ich könnte ja auch mal die Waffe, clevererweise, mal so machen. Haha. Hey. So, jetzt haben wir's. Nächstes Haus schon, oder wo bist du? Ne, ich bin noch hier. Ach so. Ich bin jetzt mal... Ich lauf mal... Ach, hier ist ne Batterie. Um das Haus drum zu. Batterie. Hier ist wieder so ein Campingstuhl und ne Lampe für die Base zu bauen. Aber das brauchen wir alles nicht. Hier soll ich ne Autobatterie. Das, äh... Ja. Das hab ich... Aber die können wir auch liegen lassen. Das meinte ich gerade. Die Batterie. Aber ich hab mir noch nicht mal Auto hier gefunden. Und, äh... Ach so, hier. Die Bude. Hier liegt ein Autoreifen. Boah, mein Auto. Hatten wir doch gefunden. Na, das stimmt. Ah, ha, 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 ha. Du, 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 du. Du, 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 du. Wenn du noch mal was findest, wo ich was reintun kann, dann kann ich dir auf das Labelband geben, ne? Stimmt. Hm. Zündkerzen ist nicht wahr. Die haben uns vorhin ja so gefehlt. Und jetzt haben wir sie. Ich bin ja daneben die... Ne, bin Haustür gelaufen. Mann, Mann, Mann. So, nach oben. Wollen wir die Bude von hinten auf? Erst mal... Brauchst du noch ein Messer? Ausgucken. Ein Messer ist eine schöne... Nahkampfwaffe. Aber, ja, ich könnte jetzt die Spitzhacke wegschmeißen. Noch hab ich kein Messer. In der Garage oben auf dem Regal liegt. Ja, das hol ich mir dann wahrscheinlich. Gleich da weg. So, hier oben ist erst mal nichts. Ach so, alle wollen wir schon durch. Und ich bin jetzt im großen Schlafzimmer. Nee. Und dann brauchen wir die noch. Auf jeden Fall. Denn ich schmeiß ich meine Spitzhacke weg. Ich bekomme Platz. Und dann nehm ich mir die. Ach so, das ist besser wie ein Messer, ne? Ja, nee. Besser wie ein Messer. Nicht, aber zum Holzfällen. Also, wir brauchen ja Holz, wenn wir eine Kiste oder sowas machen wollen. Und jetzt hab ich mit Racks, äh, so Bandage, Axt. Hammer hab ich. Dann brauchen wir nochmal ein Paket Nägel. Nägel haben wir da auch. Ist in diesem Auto drinne. Ja, das stimmt. Äh. Ich hatte eigentlich mal gehofft, dass wir zwischendurch mal wieder Nägel finden hier irgendwo. Sonst laufen wir jetzt nur das Auto. Wir wissen ja ungefähr, wo das ist. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja, ja. So. Also, Messer wolltest du nicht mitnehmen. Ach doch. Oh ja, schon wieder vergessen, ey. Oben. Auf dem Regal. Oh, da liegt ja... Was liegt denn hier noch auf dem Regal? Rack. Oh, jetzt kann ich nicht mehr mit springen, ey. Total verausgabt. Nein. Ich kann den nicht mehr aufnehmen. Okay. Ja. Schokolade bringt wahrscheinlich nicht so viel. Oder ich schmeiß die Taschenlampe weg, aber dann kann ich die Mini-Mac Light nicht mehr benutzen gleich. Mann, Mann, Mann. Was, nervig? So wenig Platz einfach. Ja, Getränke habe ich so viel. Ich kann jetzt ein Bier einfach mal trinken und gut ist. Ja, gleich wirst du betrunken. Ja. Soll ich dir das da runterholen? Ja, wahrscheinlich. Also. Mann, jetzt. Irgendwann kann du doch... Habe ich das jetzt? Ja, jetzt habe ich sie. Find ich noch einen Hut. Okay. Braucht... Braucht... Braucht mir nicht... Wollen wir jetzt so bei den Häusern weiter oder geradeaus bei den Containern? Ähm... Eine gute Frage, ne? Das ist die Häuser. Vielleicht finden wir doch mal einen großen Rucksack. Äh, das wäre ja noch von vor... Oder eine Weste. Das finden wir bei den Containern bestimmt nicht. Und dann... Können wir nämlich noch mehr laden. Bandage. Oh ja. Die Badewanne hier. Das sieht ja aus. Hm. Hm. Ja, wann verlassen wir wohl diese Stadt? Das sind ja schon Ewigkeiten hier. Geh ganz nach oben. Okay, ja. Ich bin jetzt... Wäre auch so weit, um ganz nach oben zu gehen. Ja. Ne, ich renne hier so rum. Also, falls hier was ist. Ich habe alles übersehen wahrscheinlich. Aber hier ist echt gar nichts, also... Hier ist eine Dose Cola. Oder Soda. Oh ja. Ich glaube, ich habe hier alles noch voll. Also... Ja. Zündkerze noch mit dabei. Also... Ähm... Ich habe hier fast alles, was ich so brauche. Nägel. Das ist doch noch das Entscheidende. Dann können wir nämlich endlich ein bisschen eine Base machen. Ein Platz abstecken, unser Revier markieren und so ein Gedöns. Zwei passen und nicht durch die Tür. Ne. Komisch, ne? Oh. So, dann kann man richtig durchrennen. Aber ach komm. Hier ist ja auch nichts in der Küche, was ich brauchen kann. Oder tragen könnte. Muss ich mal... Helm. Ein Helm. Hier ist ein... T-Shirt. Ja, und hier ist eine Buchse, aber die Buchse ist ja... Kannst du da ja das Tape reinlegen. Der muss... Das ist ja witzig. Hier ist ja... Auch ein Wassereimer, der... Wasser aufhängt. Ja, witzig, ne? Also... Auch neu, meine ich. Das habe ich sonst nicht gesehen. Ähm... Hier ist so eine schöne... Ähm... Oben ist alles. Durchgelootet. Schöne Nahrungsdose, wo ordentlich was drin ist. Dann kann ich mal meinen Schokoriegel aufessen. Und den... Meinst du ein Paket, ne? Ja, ähm... Wie heißt das? Ähm... Meat heißt das. Hast du oben ein Tape reingelegt? Ne, wo? Hier ist die Hose da. Das ist das pinke Ding da im Schrank. Geh mal auf Abstand. Willst du die nicht tragen? Ne, ist nicht so... Na, nicht so meins. So, was schmeiß ich denn jetzt eben kurz raus? Äh... Äh... Ähm... Wo war das? Oh, ich weiß es nicht mehr. War das Bio-Weapons? Ja. So, das habe ich. Jetzt wird gecraftet. So, da ist das Ding fertig. Jetzt müssen wir mit dem schließenden Ding und... Ja, tada! Funktioniert? Äh... Ja, du bist richtig dran. Ich kann jetzt auf die Hose nicht mehr zugreifen. Das hat funktioniert, ja. Ich muss sie gleich... Die ist da auch schon dran. Wenn ich jetzt die... Wie kann man Taschenabendom anstellen? F sagtest du ja, ne? Oder? Ja, dachte ich. Ähm... Normalerweise machst du es ja mit dem Maus-Tack, wo man schießt. Aber dann schießt du ja. Ja. Das haben die geändert, meine ich. Mit dem Knopf. Das ist schlagen. Was war das denn auch noch? Das Dreden. Also das... Ach, L. Wie leid. Ja, witzig, ne? Also, zack. Ja, das ist natürlich super. Natürlich ist L weit weg von WASD. Aber besser als wenn ich jetzt in den Metall gehen muss. So. Dieses Haus haben wir durchsucht. Ja. Hier ist noch ne Garage. Diesel. Ja, die Stadt ist echt ruhig hier. Muss man mal so sagen. Also... Ich denke mal, das meiste spielt sich mit Pinecrest. Äh... Ja, vor allem wenn Anfänger dabei sind. Weil die spawnen echt überwiegend eigentlich dort. Da haben wir Glück gehabt, dass wir hier gespawnt sind. Das ist nämlich nicht immer der Fall. Wir wussten, dass wir keine Anfänger sind. Ja, wahrscheinlich. Ich muss bei dir durch die Wohnung nach oben hin. Okay. Mach die Wohnung nicht recht. Ich hab gerade gewischt. Ups, Entschuldigung. Ich war gerade noch im Garten mit meinen Schuhen. Oh, oh, oh. Sehr, sehr ruhig diese Folge hier. Wahnsinn. Also nichts zu sehen. Nichts gehört. Sehr aufregend. Ja. Rucksack. Was für ein? Fünfzehner oder so? Nee, nur mal ein Zehner. Achso. Okay. War ein Zombie. Schriek mir über sich an der Bar. Oder ne Kneipe, sowas. Bist du schon draußen? Nee, ich stunde vor der Tür und warte. Achso. Ich tausche in den Rucksack. Ich hab jetzt einen blauen Rucksack. Okay. Der ist so ein bisschen rot, orange so. Der ist ein bisschen dann... Was? Auffälliger. Nicht auffälliger. Okay, ein bisschen dunkler. Okay. Ja. Okay, während ich warte und gleich da in die Bar reinrenne, bedanke ich mich wie... Blabla, ja, genau. So macht man das. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Die nächste Runde wird wahrscheinlich spannender werden, hoffe ich mal. Also momentan ist es echt ruhig. Aber das kann sich jederzeit hier in diesem Spiel ändern. Ruckzuck sieht man einen Spieler und schon geht's los. Und ja. Dann sag ich mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.